Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Ja, wunderbar, wir haben letztes Mal richtig gut aufgeräumt hier. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Deckladen. Und jetzt mal schauen, ob wir noch ein paar jagen können. Ich habe gerade vorher noch kurz nachgeschaut, wann die Quests ablaufen. Das geht noch 12, ja 14 Tage. Also machen wir hier ein bisschen weiter. Ja, ich habe jetzt wieder eine längere Pause gemacht. Und, ja, ich habe so einige Sachen wieder taktiert. Also nichts im Spiel gemacht. Ich habe das Spiel nicht angerührt in ein paar Tagen. Nicht irgendwas geschaut oder so. Aber einfach mal nachgedacht, was wir noch so machen können. Und, ähm, genau, wir müssen mit dem reden. Und das ist zufälligerweise genau, genau, richtig. Ich werde mich nicht mit Graf versöhnlich kennen, meine Rechte und die Quests erledigt. Hä? Gut, habe ich wieder ein bisschen Minus bei ihm. Dankeschön. Weisst du, er wird die Quests so verbuggt. Das ist doch Wahnsinn. Das Spiel müsste jetzt eigentlich veröffentlicht werden, damit es backfrei wäre. Und nichts schon vor vier Jahren. Sogar älter. Wie Raude. Jetzt muss ich kurz schauen, wo die Quests dann weitergeht. Es ist ganz weg. Okay. Ganz weg. Der will ja, und komm schön, mein Schätzchen. Oh. Und vier Augen. Ja, klar. Ja, ja, ja. Wir haben ja auch jetzt eine Quest gemacht. Hast du was rausgenommen? Scheinbar nicht. Ich denke, das ist nur ein Lager für mich. Alles andere wäre irgendwie ein bisschen weit hergeholt. Hm. So, also nächstes. Nächstes Stopp. Cannot care, geht. Ja, klar. Gehen wir hin. Ja, endlich wird's auch nicht mehr belagert. Nein, bitte nicht. Ey. Regt auf. Es regt auf. Ist ja nicht normal. Heute schon, ähm, die Tiere geführt, hä? Merkt man ja. Ist ja wunderbar, gell? Anmerkungen. Äh. Zwölf Tage. Was, jetzt nur noch zwölf Tage? Neun Tage. Also, was wollte ich machen? Trupp. Gläti. Fertigkeiten. Jetzt müssen wir schauen. Spurensuche. Also Aufklärung. Und... Was könntest du noch nehmen? Ja, Eisenschwader. Prima. Boshedur. Du nimmst Verrätnis Bogen schießen oder so, dass du wer besser triffst. Ja, genau. Waffenmeister wäre aber auch nicht schlecht jetzt. Wie viel kann ich hier tun? Ja, da kann ich noch genug tun. So. Äh, Rodok. Armbrust schätze. Ich kann die leider nicht. Gesellschaft ist kein Luxus. Was? Kein Luxus. Das ist recht billig. Wieso so billig? Haben hier, haben sie hier Würmer. Ich glaube, die, das Dorf ist nicht gerade sehr, ähm, gut. Schauen, wo kümmert sich niemand darum. Und wer weiß, ist es nicht losbekommen. Moment kurz. Aha, der Dorf Armee scheint in Geldschwierigkeiten zu stecken. Ich glaube, er aus Kuro war, ähm, Devilian, oder? Nicht Emere. Oh, der hat Devil im Namen, oder Devilian. Auf jeden Fall. Finde ich sogar gut. Och, komm. Nicht schon so weit, hey. Scheint unbeachtlich. Das heißt, das ist normal, hä? Aber jetzt habe ich nicht geschaut, ob es Devilian ist. Das wird ja eigentlich nicht geändert worden sein. Oder habe ich das falsch in Formation? Fünf. Ich glaube, ich brauche sechs. Ah, Rafa ist es. Dann schauen wir doch mal kurz in Anmerkungen. Charaktere. Ja, wo ist er? Da. Er ist Devilian, ja. Hm. Gartin, Monika, Basler Gartin. Tradian ist sogar sein Onkel, aha. Amere. Was machst du mit Amere? Ist doch Amere. Ja, egal. Er ist ja immer im Krieg. Oh Gott. Ich wollte das noch nehmen. Wir können das effektiver machen, wenn wir es dorthin treiben. Und dann nochmals eins rausnehmen. So habe ich die Quests immer gemacht. Ja, aber so nicht. Ja, aber so nicht. Wieso wirst du wieder zurück? Blöde Kuhherde. Also brauche ich überhaupt sechs. Sieben Stück brauche ich sogar. Also gut. Ja, das ist ideal in das. Ja, so nah an der Grenze würde ich auch nicht gerne wohnen. Diese armen Bargons sind wirklich so unfähig. Prima. Jetzt muss ich nur wissen, wo die jetzt sind. Wo seid ihr? Ein Halmer? Kann man irgendwas schon herausfinden beim Spielelog? Hm. Ja, Liebe wurde geplündet. Ja. Hm. Toll, weißt du? So ein Scheiß. Was ist das? So ein Scheiß. Sieht man nichts mehr. Gut, da sind sie. Ich werde mich in Todesgefahr begegnen, aber scheinbar haben die das nicht. Ja. Ich gehe mal aussperren. Geht weg. Also hier sind sie nicht. Hey, hallo Nacht. Geh weg. Boah, es sind hier viele von diesen. So. Ja, Burg Ullun oder wo. Hey, es regt auf mit der Sichtweite. Ich habe immer schon so viele Punkte und nichts passiert. Eieiei. Diese Quest ist schon von meinem Pilgen besetzt. Da haben die Leute nichts gedacht. Was ist das schneller als ich? Leute. Wo seid ihr jetzt? Wenigstens ein Info können sie geben, oder? Äh, ich bin ja gar nicht mit denen verfeindet. Graf Pleiss. Bleibt mal hier. Hallo. Bleibt mal hier. Legt das auf. Wo seid ihr? Halma. Hä? Da war ich doch. Ist doch Wahnsinn. Die dürfen doch nicht die ganze Zeit irgendwo herumgammeln. Ich hoffe, das Pferd, äh, ja, die Rinde sind noch hier. Eieiei. Nacht. Immer Nacht. Immer wenn man es nicht gebrauchen kann, ist es Nacht. Eieiei. Die Quest nehme ich nie mehr an. Ha. Können sie mich zum Teufel schicken von mir aus. Die doofste Quest. Jetzt wär der endlich Tag. Ist ja Wahnsinn. Endlich. Wo ist jetzt... Wo sind sie denn jetzt? Hey. Jetzt habe ich sie verloren. Dankeschön. Weißt du? Doofeste Quest ever. So, das sollte man denen wirklich böse sein. Wer hat sie geklaut? Wieso? Wieso? Wieso sind die böse jetzt auf mich und tun eh immer für Herren? Leute, habt ihr hier keine Truppen? Tut doch mal ein bisschen euch wehren. Wieso? Jetzt habe ich... Ich habe jetzt Lust zu laden. Das ist mir jetzt zu blöde. Das ist einfach unakzeptabel. Ich werde jetzt den Ding verlassen. Tschüss. Ich sag's denen sogar noch. Das regt sowas von besonders auf. Peinlich. Ja, du hast mich enttäuscht. Du armer Tropf. Also möchte ich noch mit Rocherbart reden. Wenn er auch irgendwo sein wird. Hier. Ja, ja. Nein, mit dem Anden muss ich reden. Streitschlichten. Greinwald. Greinwald. Wo ist Greinwald? Ist der gar nichts hier? Wo ist er denn? Gut, dass sie auch etwas anders machen. Brau. So mal ein bisschen. Ich gehe mal rein. Ist niemand hier. Es muss irgendwo hier einer sein. Ja, da ist er jetzt wieder. Aber einfach nicht antastbar. Regst auf. Du regst sowas von auf, du Blöde. Ah, das Spiel ist einfach manchmal ein bisschen broken. Aber kann man nichts machen. Wenn wir jetzt das nehmen, dann würden wir die Ding haben. Ja, sorry, Clays, aber... Ah, regt das auf. Das regt mich jetzt gerade auf. Wieso sieht man nicht, was passiert? Das ist aber bei solchen Spielen immer so. Man hat immer blöde Quests, blöde Entscheidungen zu treffen. Ich kann aber Clays doch wieder viel besser hoch bringen als Greinwald. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, was der Ding ist. Drauer. Da. Schneller. Das ist viel zu wenig Herzen. Okay, die Sache muss ich ja nicht rein tun, sondern verkaufen. Ich werde jetzt aber zuerst zum Dorf gehen und es beschützen. Ich glaube, es ist sogar eine auf dem Weg dorthin. Der Klagus kommt noch. Ja, jetzt kann wieder befördert werden, natürlich. So. Also, wir machen wieder Intelligenz. Hm. Genau. Und hier haben wir Wendigkeit genommen und Britten Bogen schießen. So. Ja. Wendigkeit, Britten ist Bogen schießen und Bogen schießen. Nicht einander. Prima, das haben wir. So, dann können wir schön mal gegen wieder einen kämpfen. In der Nähe von Jalibe. Ich gehe mal kurz dorthin. Ja, das weiss ich langsam, dass meine monatlichen Taxes sind oder wöchentlichen. Ja, täglicher hier. Der Tachios ist doch einer, der dorthin ging. Ich glaube, da war schon... Ähm... Der war bei... ...Vegir. Ich weiß nicht, der Tachios. Oder Rodok. Ich glaube, er ist Rodok hier. Ach, komm. So viele Namen kann ich nicht so nicht merken. Ja, jetzt wieder, wieder, natürlich. Wir sind viel zu schnell. Wir sollten den Krieg sofort beenden eigentlich. Ich werde die sowas von böse angreifen später. Okay, die werden jetzt zwar, also heimlich, äh, angreifen. Hm. Also, äh, relativ... Manche Sachen ist man blöd, wo aber leider ein bisschen unfair. Ähm... Scheint von den Entwicklern so ein bisschen gewollt werden, als Taktik und einflussbaren, äh, ja, Sachen. Aber, wenn sie es schon machen, dann müssen sie wenigstens so machen, dass man es schnell laden kann, oder so. Nicht rausgehen und wieder laden. Das regnet ein bisschen auf. Und dass man besser speichern kann. Oh nein. So, noch 38 Tage. Oh. Die Fälle brauchen wir ja nicht. So, Leute. Kräftigt euch. Werdet ein bisschen. Hä? Hat sich das jetzt verändert? Pfff. Was? Wieso hat sich jetzt das verändert? Jetzt müssen wir noch mal kurz schauen. Irgendwas hat sich verändert. Also, das Haus hat sich verändert hier. Was ist das? Nein, das ist ja Ilya gewesen. Stimmt. Habe ich wieder ein bisschen. Sieht man, dass ich schon länger Zeit nicht mehr gespielt habe. Sollte öfters spielen. Einfach weniger Parts auf einmal aufnehmen. Weil das in dem Spiel einfach wichtig ist. Also. Geht's zur Burg. Da ist wieder wie immer niemand. Zu Schenke. Die Quests machen wir noch nicht, gell? Ich werde noch mal kurz dort hinten. Ja. Cool. Weißt du? Ach, das ist sowas von böse. Die kommen einfach hinter mir her. Ey. Nein, die Dörfler greifst du nicht an. Ich kann jetzt Pluspunkte bekommen bei ihnen. So, jetzt. Also dich werde ich so lange, so schnell nicht mehr freien lassen. Ich werde es. Euch zeigen. Ich werde es gleich zur richtigen Zeit. Ach, komm. Heute schon geweint. Dieses Spiel ist broken. Nein, der Marmeluk ist gestorben. Nein. Ach, Pfeifen, ey. Ich glaube. Jetzt geht's dann los. Das ist broken sein. So richtig fett los. Man kann nicht mal mit dem Bogen richtig ziehen. Auf einem Pferd zum Beispiel. Wieso muss der Marmeluk sterben? Blöde Marmeluke. Ich glaube, er hat mehr. Also. Er hat drei Ansender, Beziehung mit Königswarten, so ein 37, auf 41 stiegen. Er schaffte es sogar zu fliehen. Okay. Prima. Lanzenreiter. Ja. Steht ja nirgendwo, wie viel ich sie koste. Also, geben. Das ist das Problem. Endlich mal ein gutes Pferd. Hä? Hm. Oh, ich muss noch kurz schauen. Manöver. Ja. Angriff. Besser. Gut. Unbedingt auch. Upgraden. Ja, machen wir wieder ein Marmeluke das. Haut ab, ihr Noobs. Ich habe euchs euch gerettet, hä? Aber ihr wollt immer noch nichts. Ist immer noch das Feld hier. Hm. Ich glaub's ja nicht. Diese bösen Viehbiester. Das werde ich unbedingt hier speichern. Dorf retten. Sollten sie lieber mal aufpassen, dass sie ihr Reich beschützen können. Ich gehe kurz nach Prau und komme wieder zurück. Dann gibt's Haue. Festes Haue. Das wird dem Königreich dann auch schwer sein, am Erinnern. Vor allem das Managen. Eie. Eie. Da brauche ich einfach noch ein paar gute Sachen. Infotaktiken und so. Hm. Ich brauche ein, ähm, Lösegeldermittler. Hey, Delina. Machst du nichts? Hast du Ferien? Hau doch ab. Ich möchte zuerst nach Huxan. Prima. Da haben wir den Manit. Und der Rolf. Was ist denn los? Niemand hier. Wir können Lösegeldvermittler. Hulke. Jetzt brauchen wir nicht. Ach, den Hammer brauchen wir. Wieso haben wir ein Pferd mit 30 Lahm hängen? Tz. Schon fast peinlich. So. So. Die Reise führt noch nach Brauern. Und dann ist leider der Part schon wieder zu Ende. Riebele ist immer noch der Nords. Greif doch die Nords mal an. Okay. Keiner hat Gehäge sind schon die Mächtigsten, aber. Naja. Ja. Ich gehe nach Senutsko, genau. Das muss ich mir nur noch merken. Ich mache noch mal ein Part. Gleich jetzt. Ju. Und das heißt dann plötzlich wieder Eme wird belagert. Verheert. Und sich der Devrian einfach mehr würde um die Dörfer kümmern. Er hat kleine Truppen, also kann er doch die Dörfer beinahe schützen. Ein Turnier. Super. Machen wir nächstes Mal im Turnier mit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War wirklich wie ein teuer Part, aber eben ein bisschen ein nerviger Part. Das sind nervige Quests, die auch ein bisschen broken sind. Naja. Nächstes Mal mit dem Turnier. Mit Edebe schützen. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.